hallo willkommen zu einer neuen folge von motorsport manager ja das letzte rennen in münchen war so lala wir konnten uns zwar wieder in die punkte fahren mit platz 6 und platz 8 aber ja panther ist so ein bisschen vorbeigezogen an uns hoffe ich mal dass wir in diesem rennen in kapstadt das ganze umdrehen können auch wenn es bisher nur zwei punkte rückstand ist wie man hier sieht ist es doch besser wenn es andersrum wäre aber okay dass das kommt später so ausgebrannt warum du bist doch gerade bist du eigentlich 29 mann bald wieder neuen aber wir können das boxen team allgemein wechseln und sind wir da wieder gut aufgestellt sollten auch an sich dann keine fehler aber wenn er ausgebrannt ist müssten wir den so schnell wie möglich austauschen schauen wer gut heben kann obwohl wir eigentlich genügend heber haben okay sind nicht mehr ganz so schnell aber wenn er ausgebrannt ist können wir den eigentlich so gesehen bräuchten wir einen zum austausch hätten ein 19er ist okay aber sehr wenig ausdauer wird noch mal ein 18er so gesehen seit noch keiner da dann muss ich kurz schauen boxen man schafft lang laufen verträge dann noch vier rennen okay dann verlängern wir die ich bin lieber zu früh als zu spät mit verlängern ansonsten sind die leute nicht mehr da und das wäre ziemlich ungünstig der vertrag kann ich mehr verlängern von dem speak tapping matata und nuiui noch ein nö haben wir in so drei spätze frei wünschen zustand der autos war okay interview rein das ist besser ja wir machen guten job dieses jahr deutlich besser als die letzte saison in der letzte saison hatte er moment acht punkte und hat jetzt schon auf dem konto sechs punkte also deutsch besser seit wir hier sind hat er sich deutlich verbessert dann ist das auto das neue getriebe ist auch schon ein paar tagen fertig das heißt wir sollten irgendwo bald mal an da dran sein sponsor aha wir warten noch zweiter ist ziemlich unrealistisch also moment wir schauen kurz klar es wird abgedatet alles aber den motor können wir haben wir fast schon wieder neu legalen motor immerhin noch ansonsten die aufhänge mit 80 prozent das auto ist so top verwendbar ich hole mal hier das raus aus dem motor und packt das meinen eigentlichen mobil bleibt das nur im motor weil ich würde gerne ja überall ein bisschen illegale sachen baut auch 0 euro satz 1 wahnsinn sehr viel so getriebe fertig das nächste getriebe wird direkt hinterher gebaut das ist einmal bloß 35 und bloß 10 macht 1 hier 1 1452 macht jemand etwas haben wir noch mal bloß 40 da müssen wir schauen also betriebe wird noch ein bisschen ausgebaut vielleicht gibt es ja auch keine lichter ist mal schauen wie schnell wieder hochkommen dann müssen wir noch den frontflügel und den heckflügel haben so ein bisschen apropos heckflügel können wir sogar schon einbauen oder die haben wir schon eingebaut aber der neue motor kommen rein das betriebe ist noch nicht fertig sechs tage im moment teile verbessern bedeutet wir holen das hier mal raus ein tag und wenn ich das getriebe rein haben sechs tage müssen wir schauen wie weit der motor noch fertig ist vielleicht können wir das getriebe auch noch einbauen wäre auf jeden fall ein schritt in die richtige richtung wir kommen langsam höher bitte vertrag mit geld jawohl 1,2 millionen zeit haben eigentlich keine geldprobleme aber trotzdem über ein bisschen geld ich hoffe das spiel läuft auch relativ stabil weil ich wollte gerade eben die aufnahme starten und dann ist das spiel abgestürzt deswegen ich weiß nicht was da genau war irgendwie stand auf einmal aber bisher läuft ziemlich flüssig wieder gefällt mir so reise nach kapstadt das ist okay dann kommt jetzt geheimnis und 74 prozent wir können kein also könnte einbauen ja aber wir müssten aufpassen wie ist denn die strecke in kapstadt schauen wir mal der beschleunigung ist kritisch okay dann behalten wir das alte das alte noch und bevor uns am schluss das getriebe kaputt geht ist lieber besser wenn wir so haben danach können wir ja den motor noch richtig updaten und ein heckflügel noch und das war es eigentlich erst mal da kommt das nächste getriebe und dann geht es auf leistung so langsam also die neuen sachen ist klar kann man noch rein regen regen wir müssen auf jeden fall mit den reifen aushalten mit den regenreifen mehr qualifizieren sowie das rennen regen sein soll hoffen wir dass der motor jetzt auch den nötigen schub gibt der neue um vielleicht jetzt wieder noch näher dran zu sein haben jetzt geguckt sind wir da jetzt auch vor panter mit dem motor also wir waren hinter dem nur bremse mal wirklich bremsen und frontflügel waren glaube ich hinter dem der vor den rest waren wir hinter dem noch also das sieht gut aus und sagen wir mal dass wir irgendwas wir sind jetzt glaube ich am sechsten rennen das heißt hier will da fahren ansonsten ja fährt er mal einmal mehr als eigentlich jacke wie hose so wo ist denn bitte kaputt danke kaputt hat nur eine strecke das ist relativ einfach und die soft reifen könnten fast das komplette rennen halten mit dem software weil damit könnten wir uns zumindest mal wo es eigentlich scheißegal ist aber eigentlich wirklich scheißegal können auf ultra soft testen und dann halt für qualifizieren und super soft reifen das wäre vielleicht etwas angenehmer so lassen wir raus fahren rennen drin und okay ich danke gerade ziemlich zu voll aber egal ich erwarte so top 10 im training neutral fahren ist alles in ordnung eigentlich brauche ich ja so gesehen kann ich nie pushen auch wenn sie ein bisschen schneller fahren vielleicht ein bisschen mehr wissen aneignen aber das ist eigentlich so gesehen die bisschen zeit die da rausgefahren wird platz 11 und platz 18 ist gar nicht so gut aber okay das auto wird das ist saumäßig schwer eine runde noch beide und da kommt die box haben wir noch genug zeit um 5 prozent qualitern rauszuholen das ist ein bisschen ordnung da ändern wir kleinigkeit damit die das feedback so ein bisschen besser wird wir machen sie waren mal etwas härter und etwas mehr beschleunigung dann drei runden mit den super soft reifen hier brauchen wir fast nichts zu ändern wir machen ein bisschen mehr beschleunigung um zu gucken ob das vielleicht die bessere variante wäre und auch die super soft aber da drehen wir so ein bisschen auf weil qualitrim ist immer halt gas geben ja so überlegen ist mittlerweile relativ super weil ich habe jetzt mal wieder neue karriere gestartet einfach so mit podata und das ist halt wirklich gut wenn man hier richtig gut vorspielen kann mit zwölfacher geschwindigkeit weil ich weiß noch ganz am anfang ich habe jetzt mal die ersten paar folgen von der ersten schaffel angeguckt nochmal da gab es ja maximal die dritte dreifache geschwindigkeit und die war jetzt nach jahren so schnell ungefähr wie hier die zweifache also ist das deutsch gerne 4.7 am schluss geworden mit super soft und ein bisschen aufdrehen zurzeit ist sonne das ist sehr gut regen kommt relativ am ende das heißt super soft werden uns auf jeden fall qualifizieren müssen motor schwierig so bremsen auf jeden fall auf 85 auch der heckflügel motorgetriebe 85 so viel können wir diesmal ganz rausholen das ist kritisch so super soft sehr weich mit qualitrim und er hätte den vorteil mit den sehr weichen reifen ok zeit ab sogar noch besser geworden von daher fahren wir raus es gibt ein versuch und den werden wir ja wenn man ungefähr so neun minuten haus waren zwischen acht und neun vielleicht auch erst auf der acht minuten sollte dann auch wenn wir gegessen die reifen zu wechseln kann man noch macht kurz vor haus war kurz ein richtiger rausschauer kommt da ja 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 wir fahren mal so langsam raus mit dem super soft also war arg sollte so stark sein dass wir uns ohne probleme qualifizieren können nur der eine versuch muss jetzt auch gelingen wenn nicht dann sind wir draußen aber wir haben jetzt ziemlich viele neue sachen im auto als neuer bein ist neuer motor drin von daher sollte es eigentlich kein problem sein 1,6 sekunden das wird doch vielleicht ein bisschen enger als erwartet aber 2,4 sekunden sollten wir eigentlich drin sein sie hat einen richtig schlechten sektor hingelegt das könnte eng werden ansonsten ist sie draußen und sie ist draußen weil er sie rausschiebt danach ist das wird eng was hat sie denn gemacht das zeitlich gesehen müssten wir halt noch mal versucht mit ihr rauszufahren machen wir eine schnelle runde der regen ist da und das war's sie ist raus ich hätte eigentlich gedacht dass sie schneller ist als er aber nein ist es nicht von platz 16 zu starten wird sehr interessant mal schauen wir haben natürlich den vorteil der reifen natürlich wenn es ein bisschen später anfängt zu regnen deswegen werde ich jetzt raus fahren mit den supersoft barriere willen wenn er es quasi schafft dann ist er ein vorteil gegenüber konkurrenz wenn er es nicht schafft dann müssen wir mit ultrasoft noch mal nachlegen naja das hatten wir auch lange schwer dass wir bei Q1 rausfliegen hätte ich doch lieber früher rausfahren sollen aber okay das ja wenn man in letzter zeit so sicher ist dass man es schafft in Q2 und es regnet direkt das ist natürlich nicht gut kommt noch mal sonne ja es kommt am ende noch mal sonne ich brauche doch jetzt nicht meine hintermiete dafür oder die fullwets dann warten wir lieber bis die strecke trocken ist und qualifizierung am besten direkt mit dem obwohl es schwierig zu sagen ob wir noch rausfahren sollen wenn wir sechs minuten rausfahren sollte die zeit noch passen außer es kommt noch mal regen und da wir fast das komplette rennen durchgucken können ist es ziemlich gut so wir fahren so langsam fahren wir raus aber für super soft sind natürlich für den regen besser als die weichen reifen die strecke ist noch zu nass ich hoffe dass die strecke noch trocken wird bevor wir die runde anfangen und sonst müssen wir definitiv noch eine runde fahren outlet da fahren manche auf jeden fall noch intermediates durch strecke ist eingestrockene buch natürlich noch besser du fährst mit intermedien schneller als wir was ist mit dir verkehrt so ich wollte schon mal denken ey ich sage dass alle mit intermedien schneller sind doch hier gut da muss auf jeden fall aber nachlegen also noch einen reifen satz von den super soft der strecke ist jetzt trocken wenn wir wirklich relativ am ende raus fahren sollte es passen mit dem super soft natürlich außer die anderen schaffen es jetzt nicht aber ich glaube sie schaffen das box 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 da fahren auf jeden fall viele raus manche bleiben drin leao bleibt drin der bleibt drin der bleibt drin ansonsten fahren viele raus dann gibt es noch mal ein super soft versuch warum nicht haben wir noch einen reifensatz danach dann sollten wir uns netten das hofft fürs rennen viel zu früh ausgefahren viel zu früh wir hätten sogar noch bei 1 30 vielleicht rausgefahren müssen das wäre jetzt immer noch zu früh gewesen aber ok na man sieht da sind manche auf jeden fall schneller geworden toll wir hätten nicht rausfahren müssen und mal schauen wo wir jetzt landen ein super erster sektor von ihm mit dem super soft landet er auf dem fünften zwischen dem steinmann und panther ja 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 vergeben suchen wir rein das leider leider ich glaube sie jetzt mit ultrasoft auf jeden fall geschafft so konnte schon mal eine halbe sekunde verbessern und jetzt kommt das erste mal die ultrasoft bei uns zum einsatz hoffe ich mal das jetzt nicht regnet doch es regnet am anfang das heißt wir haben zwei versuche wieder mal das wetterzentrum noch nicht fertig bei uns das heißt man kann die komplette distanz anschauen dann so wieder genau so fahren wir gerade eben war das eine gute zeit so langsam in bewegung setzen ok manche sind gefahren die haben sieben sekunden rückstand weil die mit trockenreifen rausgefahren sind wo es nass war wir sind auch zu spät äh ja zu früh raus die stecke ist noch leicht nass aber zeitlich gesehen haben wir noch ein versuch was macht denn da bitte ein hoher oder von dort hoher auf platz 3 ok dass wir natürlich jetzt mal die bestzeit fahren ist logisch und eine 1 1.08 also noch mal ein tic schneller als gerade eben nee vollständig ich glaube wir sind 1.1.0 gefahren alle abwarten hier fährt fährt jetzt noch mal raus ich habe ein bisschen damit rausgefahren schauen wir mal was linealer hinbekommt ich glaube nicht das an unsere zeit haben wir einen guten vorsprung so jetzt können wir uns langsam in bewegung setzen nochmal schöne ultra soft und dann bitte platz 6 platz 5 und 6 wäre so jetzt in Ordnung wegflügel war letztes mal auch ok aber diesmal haben wir halt auch die zuverlässigkeit ist deutlich besser aber natürlich leider nicht die sterne des motors die hatten wir letztes mal nicht oh der hat es fast geschafft aber der erste sektor war nicht gut zweiter sektor ist schneller also platz 6 auf jeden fall alle mal drin und schafft dann zwischen die Panthers Vorteile reifen oder nicht das ist jetzt die Frage wie das Wetter wird für sie wird es auch schwieriger jetzt durchzukommen durch das komplette Feld der war sogar langsamer mit den ultrasoft das sieht man auch nicht alle Tage die wird es wirklich so nicht erwartet aber es regnet schon das ist natürlich jetzt schlecht kleiner Minischauer echt kleiner Minischauer kann ich noch die Stahlaufstellung gucken? ne das ist die falsche Startseite Startposition Ultrasoft Ultrasoft Soft Soft Ultrasoft Ultrasoft Uiuiui Wir haben freie Reifen für alle das natürlich super und äh da allgemein der Regen erst ungefähr in der 43. Runde kommt müssen wir mal schauen wie lange die Soft Reifen halten die halten nicht die komplette Distanz das heißt Supersoft wäre eigentlich so gesehen die bessere Variante Supersoft und dann oder Soft Supersoft könnte auch gehen aber sie kann auf jeden Fall Supersoft fahren äh wir machen mal zwei Liter weniger und er startet mit Ultrasoft und geht dann auf die Soft Reifen sollten Kilometermäßig auf jeden Fall aufmachbar sein aber auch er kriegt zwei Liter weniger Sprit an Bord das sind über 60 Runden die wir fast fahren die ist schon eine ganze Menge und die Reifen werden am Anfang also ungefähr eine Runde lang kurz mal auf Temperatur gebracht dann machen wir bei ihr noch eine kleine Änderung auf die sehr weichen Reifen dann geht's los und hoffen wir mal dass sie nach vorne kommt bis zum nächsten Mal